Haha, Erdlinge! Beide gehört hier genauso wie alle anderen Planeten voller Schwächlinge mir. Erde gehört mir! Sind die Turbomobile alle stadtklar und einsatzbereit, Pichirobo? Ja. Superkatzenohren! Oh nein, ich habe gerade Romeo's böses Lachen gehört. Super euren Augen! Ich sehe ihn! Er befindet sich auf dem Mond. Oh nein, er richtet eine Streinwaffe auf die Erde. Schnell! PJ Masks, wir müssen ihn aufhalten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Wir sind wahrscheinlich zu weit entfernt gelandet. Zum Glück haben wir unsere Turbomobile mitgebracht. Es ist viel besser als Laufen. Da stimme ich zu. Kommt schon, PJ Masks. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh nein, Hilfe! Ah! Halte durch, Olette! Super Turbo-Klaue! Puh, danke, Catboy. Das war knapp. Du hast nicht zufällig Romeo gesehen, als du da oben warst, oder? Doch, er ist da hinter dem Hügel. Los! Sag Tschüss, Erde! Hm, das ist neu. PJ Masks, wie habt ihr PJ-Plagegeister mich gefunden? Das ist das letzte Mal, dass ihr PJ-Plagegeister mir Ärger macht. Bereitet euch darauf vor, mickrige Pyjamas zu sein. Oh nein! Oh oh! Super-Gecko-Muskeln! Danke, Gecko! Huch, wo ist Romeo? Beruhig dich, Romeo. Wir werden das wieder rückgängig machen. Da wären wir, Romeo. Gib mir die Schweinpistole. Ihr PJ Masks könnt gar nichts richtig machen. Das nächste Mal kriege ich euch, PJ-Plagegeister. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020